Ja dann fahr mal da hoch, ich hab nämlich keinen Bock da raus zu nehmen. AUTO FAHREN! AHH! AUTO FAHREN! AUTO FAHREN! AUTO FAHREN! AUTO FAHREN! AUTO FAHREN! Ich hupe immer aus, was ich irgendwie boosten will. Uiiiiiiij! Kannste immer schonmal umgehen, drinnen mache ich. Stummgewehr oder Karnade. Sind beides Müll. ne stimmt was ich weiß nicht wir müssen doch wieder zurück ne echt ach so stimmt ja ja ich gucke doch auf die karte so dass sie hinfahren köst abgeben zurückfahren wenn ihr ein dieb die etwas stiehlt schnapp ihn dir das ist auch nicht richtig da geht es ja gar nicht durch blöde unsichtbare wände das sieht man doch man sieht nur das denn dass das da eine unsichtbare wand ist ja nicht nur unsichtbarer wand aber man sieht dass man da nicht lang gehen soll ach da kann man ganz locker vorbeifahren sollen sich mal nicht so anstellen hier sollen wir hin ja was du denn ja ich fahr da rüber nein ach so rüber stand es ne ich fahr da einfach rüber warum warum noch im laufen weil laufen gesund ist im borderlands ja auch deine virtuelle gesundheit ist wichtig das war ja einfach ja reisen reisen frostburn canyon oha der firehawk muss hier irgendwo sein sei auf der Hut außer Jack wird niemand mehr gefürchtet als der firehawk trotzdem wenn ihn jemand besiegen kann dann du wieso werde ich nicht gefürchtet der Bloodshot Banditenclan scheint das Verstock des firehawks anzugreifen vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstärkung hinterlassen die sollten dich zum firehawk führen oder du folgst einfach den Schrein halt dich raus Kammerjäger das ist eine Sache zwischen den Bloodshots und dem firehawk sobald meine Jungs seinen Arsch hergebracht haben wird er für jeden getöteten Bloodshot büßen wir werden ihn an seinen eigenen Eingeweiden aufhängen stärker ja das war ein bisschen überdeutlich der arme firehawk warum sollte man dich fürchten weil ich Psycho bin der auf alles so zurennt alles abschießt und trotzdem nicht kaputt geht und wenn ich sterbe komme ich einfach wieder jetzt ist Würgerzeit die 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 was mit dem helm abschießen bei den tippen wenn du den händler dann wird er sauer und wenn er dann noch einen gegner tötet steigt der level auf genau da kann man ja immer wieder reden ja und wenn er dann ganz oben ist da muss man in den tippen dann gibt es eine Herausforderung oder sowas ach genau so war das was denn die gegner schon wieder lassen wir den am leben den poli hat das lohnt sich nicht mehr der zu wenig ausgleichen ich weiß nicht ob er sein leben wieder auf wird wenn er steigt das ist beim nächsten mal gucken dass wir den am leben lassen müssen wir wenn er kommt jetzt öfters müssen ja noch mal also von dem herr komm ich auch später noch mal in anderen gebieten vor zu sagen das ist jetzt ein neuer gegner sozusagen ich werde deine schwelle decken so wird scheißen bringt dich um brauchst du doch dein leben wurst ist leben wirst du ich hatte von lust spinn wir im effekt oder vielleicht haben wir nicht gesehen bei der sohn im effekt nicht so toll der ist neu wo ist der nächste das war's und zwei gegner noch acht natürlich da kommen sie wenn ich mich wieder beruhigt habe ich bin ja auch ein assasino natürlich Natürlich. Ich glaub wir müssen da lang. Achja, was würdest du nur ohne mich machen? Was würd ich ohne dich machen? Öfter sterben. Öfter respawnen. Ich hab ja ganz schön rausgekehrt. Ja. Ich hab so schön auf die Xbox 360 gehasst. Was? Wo? Wie? Wo? Wo bin ich? Ach, Schesse. Schieß auf mich, bis du mich liebst. Schieß auf mich, bis du mich liebst. Niedlich. Achja. Oh, Firehawk. Wo bist du? Dürfte ich was erklären? Selbst wenn du Roland vor diesem Firehawk rettest, die Crimson Raiders sehnen sich nicht gerade nach dieser Welt. Weißt du was? Ich glaube du verdienst deinen kleinen Tipp. Mein Geheimnis hat damit zu tun, dass der Widerstand sterben und ich mich kaputt lachen werde. Witzig. Ja, fand der ja auch. Die Serumura, es ist so unglaublich. Ach so. Oh. 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 Ekelhaft. Ich warte in deinem Dreck. Wie? Was? Ich bin schon wieder geweckt. Sollen das. Munition. Ja. Wo sind wir Gegner? Da. Irgendwas kleines. Ich habe es umgehauen. Okay. Es hat mir jetzt gesagt, ich sehe dich. Ja. Es hat mich gesehen und dann hat es eine Axt ins Gesicht bekommen. Sehr schön. Ja. Alles umschießen und umhauen. Das macht einfach nur an weißem Spaß. Den Nahkampf. Bimm. Zwei Goliath, zwei Rasen. Mal gucken was passiert. Die Rennen noch nicht. Arsch dich auf. Ah. Du kannst die PlayStation. Hier ist die Stadt. Aftung. Aha. Das ist jedes Mal auf einem neuen Interessant. Wo auf die PlayStation 1 sind. Zeigst du die Kommentare auf dem Bildschirm an? Oder nicht? Ne. Mach ich nicht. Maximale Gesundheit plus 60. Dann sag doch einfach mal Kommentare anzeigen. Gucken was passiert. PlayStation. Dann kannst du die PlayStation nicht. Kommentare anzeigen. Kommentare zeigen. Oder so. Kommentar zeigen. Nichts. Nichts. Juuu. Geil. Das haben sie als neues Feature eingebaut in der Version 2.50. Wahrscheinlich müsste es auch nicht zu gehen. Ich weiß nicht. Ja irgendwie Kommentare zeigen heißt das. Heißt ja wie viel. Jetzt sag ich es mir aber mit gehen. Wir sind ja schon gepasst. Wir müssen ja gar nicht hier hoch. Ne. Wir müssen eigentlich in die Hüt rein. In die Höhle. In die Höhle. In die Höhle. In die Höhle. Da gibt es ganz viele. Firehawks. Äh. Federmäuse. In die Höhle. Da gibt es ganz viele. Möwen. 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 Ding. Acht noch einer.